Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Skin Gameplays, die rote Jade, hier mit der Vision Picke, da haben wir sie bereits gefunden, in verschiedenen Matches, gleich mehrfach drin gewesen, super beliebtes Teil, let's go! So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann use gerne im Itemshop, den Creator Code sofort und gleich TTV, dann auf annehmen drücken und dann unterstütz uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, schauen wir mal hier, hier haben wir auch nochmal eine, die hinten drauf, ein Backpack, cool. Wie sieht das denn aus, was ist da denn passiert? Oh Gott! Holy! Was ist denn hier passiert? Schöne Föhnfrisur. Sind denn das so komische Szenen, die ich hier gerade drin habe? Das sieht auch irgendwie witzig aus. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Legs weggehen werden, jetzt mit der neuen Grafikkarte. Weil es einfach nur nervig ist, nicht bekommen. Ich habe es dir nicht. Holy Crap, mein lieber Scholli ey, uuuuuh, sieht das geil aus, ah jetzt ist er wieder da. Ohhhhhhhhhhhhhhhh, coming to him. I've been in Badarang. Ach Quatsch. Ja der Schirm passt ja mal wirklich perfekt dazu, ne, oh ein schöner, einfacher Hit. Dieser Schirm passt perfekt zu der Red Jade. Oh mein Gott, minigun. Hm, hm. Mach doch einige Kills hier, muss ich sagen. Schöne Einzelfeuer. Ja, wenn man dann nicht mehr trifft, dann hoffen wir, dass man mit Spraining noch irgendwas hinkriegt. Ja. 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 Wenn euch das heutige Gameplay Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da oben oder schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Skin Gameplays vorgestellt. Von mir dann gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. 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 Tschüss.